Guten Abend an alle. Also guten Abend ist übertrieben ein bisschen, aber naja, man kann schon guten Abend sagen. Also nochmal guten Abend an alle Leute, die mir gerade zusehen und oder auch nicht. Wie war heute so euer Tag? Ich weiß, meine Lippen sehen furchtbar aus. Äh, die müsste ich auch mal wieder eincremen. Aber bloß unsere Creme ist alle unser Top, also unser Festchen da, das wir haben zum Lippen eincremen. Und ähm, ich wollte gerade eine kurze Info machen, weil ich hab meinen Film immer noch nicht angeschaut, aber kommt noch. Auch vielleicht heute Abend oder morgen oder, ja, morgen wird es auf jeden Fall was werden. Heute nicht, weil ich bin gerade draußen und hinter mir sind die letzten Sonnenstrahlen, die ihr sehen könnt. Also wie ihr sehen könnt. Und ähm, ja, ich hoffe, das Grundstück kennt ihr schon. Oder muss ich euch noch rumführen? Kleiner Scherz. Ähm, ja, ähm, was macht ihr heute noch so? Also, ich glaube, ich weiß, was ihr heute noch macht. Erstmal mir oder ein Teil von euch werden meine Videos angucken und dann werdet ihr irgendwann hingehen. Oder arbeiten oder arbeiten. Papa! Und, ja, und wir trinken gerade hier unser Feierabendsbier. Und, ja, ähm, mit, oh, scheiße, warte. Jetzt, mit 0,33 Liter Alkohol, 4,8 Prozent. Und, test sehr gut. Öko-Test. Und, ja, ich lasse es mir jetzt schmecken und sage, ähm, Prost, Leute. Ich trinke auf euch. Ähm, ja, und das war's erstmals schon wieder mit meinem kurzen Video. Und, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht heute oder morgen. Ja, wenn euch der Beitrag gefallen hat, hat wie jedes Mal, sage ich jetzt euch wieder meinen Standardspruch. Standardspruch, like den, ähm, like das Video oder, ähm, setzt einen Kommi drunter. Ich würde mich über viele Daumen nach oben freuen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ähm, haut den, button, like, button kaputt. Ähm, und, ja, so, bis bald, meine lieben Leute. Tschüss.